bämm leute und herzlich willkommen zurück zu die sonne strahlt mir ins gesicht bei legend of zelda legend of black man ja jetzt haben letztes mal ganz viel produktives zeug gemacht und zwar gar nichts und ich kann mir einen von der palme wedeln in den kommentaren darauf hingewiesen was man eventuell mal tun könnte ja und warum ich das nicht getan habe das erkläre ich euch jetzt gleich also wissen wir was mit ihnen so machen ist klar er meint ja bitte weil sie sie ja was ich jetzt darfst du eine davon gelaber dass hier gestoßen wurde sehr tragisch hier hat keine eier mehr und er wollte sich von den piraten zurückholen aber hat irgendwie gefällt irgendwie so war das ja und ich dachte jetzt ich muss ihm seinen letzten wunsch erfüllen und die eier wieder zurückbringen damit er in frieden sterben kann denn dieser mann erlebt noch so war meine ich dieser zora erlebt ja noch er liegt ja nur im stern aber ich soll ihn einfach umbringen kann ich machen und zwar mit dem lied der befreiung dass er dazu da ist um geister zu exorzieren bringen wir ihn scheinbar mit dem lied einfach um und wir sehen oder hören besser gesagt auch dass ich ja das tut er klingt und das muss ja schon fast bedeuten dass es das richtige ist ich verstehe so nicht warum wir das lied spielen müssen aber hey wir sehen uns in der hölle denn da komme ich definitiv hin jetzt ja herzen am arsch lied der befreiung und jetzt habe ich ihn umgebracht oder so vielleicht er schwebt im nichts können zeichen darf ich sein dass er todes ob dies miteinander tun wahrscheinlich im jenseits warum hat die flügel ach das ist die band okay ist er jetzt tot wir haben ihn umgebracht nice wir haben seine maske seine haute abgezogen so wäre das gemacht in the legend of buttplugman meine freunde hau du killt so ras du hast die zora schuppen erhalten die schuppen habe ich ihm abgerissen der geist eines legendären gitarristen hat sich in dieser maske manifestiert es kann jetzt die gitarre spielen hier um in den körper zu schlüpfen drücken und dich wieder zurückzufangen ja das lieben wie schon erwähnt das lied ist ja eigentlich dafür da um geister zu exorzieren und dann die kräfte von diesen geistern zu bekommen in form von masken deshalb habe ich nichts daran gedacht dass ich das liegt auf den lebendigen zora spielen anwenden müsste und ihn damit umbringen soll naja ich hoffe mal ihr versteht was ich meine schreibe dieses abschiedslied auf meinem grab stellen bitte hilft diesem mädchen da geht er wieder ab ich habe keine ahnung was ich ihm für die stimme gegeben habe aber passt schon ich habe nicht auf die uhr geguckt wo ist mein handy handy da ist es doch alles klärchen handy weg hier zack bumm und er hat ein grabberichte das ja schön sehen wir uns mal an hier ruht mika der legendäre zora gitarrist seine musik soll unsere erinnerung an ihn sein seine worte verbleiben hier willst du mich mit aus wieder singen ich will nicht singen danke brauche ich das ist das wichtig wenn ich mir hätte die kommentar schreibe ob das noch wichtig ist oder naja so wir haben die zora maske rüst mir direkt einfach mal aus so den dickmann leg mal beiseite warum jetzt einen neuen spitznamen wie sehe ich denn aus erstmal animationen die ist wichtig alter falter junge ist aber recht sexy muss ich sagen also der ist schon ist schon cute ein bisschen ich kann ich kann mit meinen flügeln hauen mit meinen übertriebenen arm plates alles klar ganz viel liebe für mich ja ich weiß nicht wie ich ihn nennen soll mal gucken jetzt ist die frage wir haben keinen greifhaken erhalten das wäre eigentlich das was ich wollte ich weiß gar nicht wofür wir die zora maske brauchen ja wir können besser schwimmen können wir direkt mal ausprobieren ich habe ja keine infos erhalten merke ich gerade oder abtauchen können wir ich möchte aber abtauchen aha ich kann laufen da kann ich schlagen da kann ich hohen ich kann auch ich kann nicht wirklich ich kann nicht wirklich tauchen sondern ich kann nur auf den grund abtauchen und da herumlaufen also quasi so wie eisenstiefeln aber ich kann irgendwie nicht dazwischen oder ich probiere es nochmal ne ich kann einfach nur komplett auf dem boden absinken okay und dann wieder komplett nach oben okay hab's geschnallt machen wir hier die töppe kaputt dann vielleicht kommen wir in die paratenfestung rein gucken wir mal vielleicht können wir da über das wasser unterwasser irgendwie hin aber wir können jetzt schwimmen das geht ja ganz fix jetzt hier hoffentlich schwimmen hui ja da geht ganz fix vielleicht wenn er schwimmen will naja das geht ganz geht ganz in ordnung dann komm ich hier irgendwo rein nee ne nee da ist nix komm ich dort irgendwo rein also ich muss ja jetzt definitiv irgendwo am wasser was machen das ist ja klar also ich muss jetzt hier die ganze gegend absuchen wahrscheinlich ähm oder kann ich kann ich vielleicht eventuell weiterschwimmen jetzt kann ich mal nochmal gucken hier ist nix ne das ist ein stein kann ich den kaputt machen funktionieren bomben auch unterwasser ich kann eh keine bomben verhindern okay okay kann steine nicht kaputt machen alles klar ähm kann ich gras kaputt machen kann ich auch nicht kann ich den stein fisten kann ich auch nicht was kannst du eigentlich link so ach so ja ich kann doch ich kann ich kann ein bisschen schwimmen ich muss einfach ich muss dashen im wasser okay aber ich kann nicht weiter hinaus alles klar dann neue frage wo soll ich denn dann hin wenn nicht hier ähm wir können nicht weiter raus hier diese monster die können wir eigentlich auch am Arsch vorbei die werden ja wohl nicht des Rätzens Lösung sein dann gehen wir einfach mal auf die andere Seite hätte ich jetzt gesagt so da ist auch so Monster Hilfe die will nicht verschlungen werden bitte so ich kann auch rollen mit niceen Soundeffekten klingt wie ein sterbendes Huhn ja ja doch ziemlich akkurat vielleicht vielleicht sollten wir dich nach einem sterbenden Huhn benennen ähm so ist da hinter dem Haus eigentlich noch was da will ich auch nochmal nachgucken jetzt wo ich das so sehe da könnte noch was sein aber wahrscheinlich nicht der klingt echt so wie ein oder so eine Taube so eine sterbende oh da ist ein Loch huch so eine sterbende Taube das könnte auch sein bisschen money alles klar dann nehme ich für mich aus komm ich kümmer mir das einfach und kümmer mich gar nicht erst um euch aber ein bisschen money kann ja nie schaden hier noch ein paar Nüsse für mich so ähm kann ich darüber ja kann ich wow nicer scheißling äh gehen wir mal zu der Band wenn das die Band überhaupt ist war das die gleiche Band mal gucken vielleicht redet ihr mit mir also hi na kennt ihr mich kennt ihr denn du ich habe ihn umgebracht hey du bist doch niekauf hast du eine leere Flasche von den Diebern bekommen die Oberhalte das Wasserfall das neben oberhalb des Wasserfalls wo war ein Wasserfall achte er ja dort weiter hinten ne diese Kerle sind sehr schnell sie zu besiegen ist nicht einfach ok kriege ich noch mal ne leere Flasche also wie viele kriege ich denn hier noch willst du nicht gerne mal wieder deinen Spezialangriff ausprobieren ja gerne sag mir wie der geht du kannst nicht immer nur Gitarre spielen hin und wieder musst du auch etwas für deinen Körper tun ja kannst du mir noch mal das von deinem Spezialangriff erklären oder steht hier irgendwas ähm Info nö wow krasse Info Mensch hilfreich wie eh und je ähm ok wir halten uns mal am Wasser und gucken ob wir was sehen worum wir das Zora gewandt gebrauchen können können wir auch Wasserfälle hinaufschwimmen weg nöse ja nämlich ne genau das wäre nämlich schön nicht schlecht ähm ich denke wir gehen einfach mal da rein aber da hoch besser gesagt so ist da drüben was sieht nicht so aus ne wir könnten jetzt da runter aber wirklich da runter das Ding sieht halt ein bisschen gefährlich aus gehen wir mal ins Wasser kann ich hier oh ne Piranhas ok ich geh mal nach unten und hoffentlich werde ich nicht direkt gefressen naa Hilfe Hilfe äh kann ich dich no kann ich nicht ich kann ja auch keine Bumbe verwenden ne hast Zora hm kann ich irgendwas anderes verwenden das Auge die Phonokamera geile Scheiße ähm die Fee habe ich mir übrigens wieder gegönnt hier nach dem Haus ähm nur für den Fall der Fälle ok aber hier kann ich halt dann auch nix machen kannst du irgendwie hoch da zum Beispiel was stehen auf dem Schild habe ich bestimmt schon gelesen aber egal ich lese es nochmal Christophers Heimat der Biber Vorsicht vor starken Strömungen hm ich will mal ich will mal probieren eine Bombe da unten rein zu werfen äh zack ne die geht aber kaputt ne ja hm ich will im Auge irgendwas machen ist hier unten irgendwas Spezielles nix ne hoch ich will nicht da rein Hilfe äh warte ja nein ich will nicht das Schild amüsieren bitte ich möchte eigentlich bei der First Person wie geht das nochmal so ja so da oben ist der Wasserfall muss ich da hoch irgendwie hm bin ein bisschen ratlos hier unten war wirklich nix oder dass ich hier was übersehe ne hier unten sehe ich gar nix okay verdammt wo muss ich denn hin keine Ahnung was ich mit der Thoramaske machen soll geht es ja trotzdem irgendwo weiter da muss ich ganz woanders hin ah ich meine es ist jetzt ein bisschen ruhiger ohne den Wasserfall es war ja extrem laut mal wieder ähm kann ich ne das kann ich ja wahrscheinlich auch nicht machen weil ich kann ja immer nicht so hoch springen dass ich auf die Plattform komme ähm war doch beim Stein etwas ich glaube ich einfach nur Bonuszeug äh kann ich mit dir nochmal sprechen sagst du mir noch etwas anderes dazu brauchst du eigentlich eine leere Flasche ja um Sachen rein zu tun deine Seele zum Beispiel ähm ich habe genug leere Flaschen ich baue eigentlich keine weitere also ich müsste mir gar nix hier hin ähm wie soll ich vielleicht hier nochmal gucken hier habe ich noch nicht geguckt von daher gucken wir hier mal ach das sind die scheiß Piranha so wieder kann ich kann ich vor dir fliehen geht das bin ich schnell genug bin ich krass genug dafür aber ich hoffe einfach mal dass ich krass genug dafür will guck mal das ist eine Kiste oder ist das eine Kiste das ist eine Kiste die gehört mir greifhaken obwohl kaum habe ich glaube ich glaube ich nicht sonderlich viel hier wird es ein bisschen eblig ist es ein Zeichen dass ich hier nicht weiter kann aber das ist allgemein so wenn ich vielleicht darüber ich kann hier rüber mensch ja 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 nice ja lass mich nur bitte hier hoch bitte nee kann ich nicht bitte schwimmen bitte schwimmen lass dich nicht aufhalten bitte kannst du hier hoch bitte komm schon du musst ja irgendwo hoch können link please sei kein schwach schwachkopf was ob du da nicht hochkommst Junge streck deine Arme aus ähm okay ja lass mich doch in Ruhe Mensch lass ich hier weiter nach hinten noch mehr scheiß Piranhas nö kein Bock auf euch kann ich hier irgendwas machen komm ich hier hoch oh hier komm ich doch hoch ja guck mal ob er da ist ich glaube wir sind weiter gekommen Leute ja geh doch da hoch jetzt bitte erst mal Schilder lesen wichtiger zum Schädelbuch Tempel Badeverbot wegen drüben Wassers okay wir machen erst mal die Eule ja komm ach so ich muss ein Schwert schlagen ne nur der Außerwählte putz hi ibeams der Außerwählte so ist noch eine Fee alter wiehst du mich denn lol gib her ja die können auf keinen Fall mehr sterben Amanda ist ja weg mit dir so Pfeile Maggi nein oh please so ach hier geht's rein hab ich gar nicht gesehen den Eingang ja komm dann Rewe halt mal mit dir hi ich hab dich in seinem Traum gesehen ich glaube ihr habt rum gemacht ich muss was trinken ach du scheiße und sie will nicht mit mir reden ach so ja ich lass mal die Animation an damit ich ganz fix was trinken kann so dieses traurige Mädchen versuch dir etwas zu sagen du siehst es in ihren Augen ja dann dann sag's mir doch hm oh was ist eigentlich sein Instrument warte mal ah ja eben die Gitarre natürlich dumme Frage so es kam das Didi Ding Geräusch das heißt ich muss hier irgendwas vorsingen ach nö muss ich ich musste doch locker das Lied von dem Typen da lernen das habe ich wieder zurück oder was ich bringe dir jetzt auch einfach um ich bringe jetzt einfach alle um mit dem Lied I don't care das interessiert dich nicht ähm erwachen bis zum schlafen oder soll ich dich einschlummern lassen hier war der Schlummerlied spiele ich jetzt mal so du schläfst jetzt ein dann nehme ich dich mit nach Hause hat auch nichts gebracht ähm ja wahrscheinlich muss ich einfach nur das andere Lied aber ich probiere noch ein bisschen rum bevor ich wieder irgendetwas randomes übersehe äh Eponas Lied ja du bist kein Pferd das kann ich das sehe ich vielleicht war ich beim beim anderen ja ne komm erwachen machen wir noch mal kurz ähm mal gucken ob du schläfst gib ich dir ein Bitchlab ins Gesicht damit du mir sagst was los ist willst du auch nicht na gut dann ähm machen wir mal die Schwingen ähm und dann porten wir uns zum Hauptstrand zurück dort wenn es ein bisschen schneller geht nehme ich an ähm Schädelküste genau und dann gucken wir uns halt die Lieder an ich dachte das wäre jetzt einfach nur so ein bisschen bläh Zusatzinfo die man nicht braucht aber scheinbar brauchen wir die ich hätte auch natürlich einbring die Höhle reingehen können hätte man natürlich auch probieren äh können aber äh alles zu spät bin ich schon hier wahrscheinlich äh muss ich das sowieso zuerst machen so war es den Grabstellen da naja von Stein kann kaum die Rede sein so ich muss jetzt noch mehr Sachen aufschreiben ja ich möchte ähm schreiben wir einfach beide auf ich brauche ich brauche einen Stift hier da ist ein Stift klick dann wird Zora erzähl mal schlanke Flossen sind unser Kennzeichen drücke A und Steuerkreuz oder Stick um das Meer zu durchpflügen ach so das ist wahrscheinlich dann der Spezialmove das andere Lied ne drückst du R und gib dich ein Schild der dich vor Feinden schützt ausgesetzt das Magie oh tauchen kannst du wenn du B drückst oh oh wir die Zora toll ist ähm ähm dann Kampflied ein zäuniger Schlager ausgeführt B drücke B in schnell ab und meine Habe muss ich denken ja für den vernichtigen Schlagdrück und halte B zerschneidest du zu schneide meine gute Luft oh ok allemal naja gut das ist jetzt nicht so geil dann gedrückt halten wow alter richtig Vögel umbringen putz ach so bummerang ok ähm ok was war das andere jetzt nochmal warte mal ich muss nochmal kurz lesen etwas habe ich vergessen hier äh drücke A und um das mehr zu ah ja ok das weiß ich ok ach ja und das Schild noch ok ist ja ein ganz normales Schild einfach nur warte mal ich geh mal kurz ins Wasser da möchte ich jetzt ausprobieren das hat das von Magie geheißen aber so bitte abtauchen ach so beim beim Schwimmen oder was ah ok ein Schild während dem Schwimmen ok dann kostet das Magie alles Glärchen ähm ja aber was was wollte denn die Tante jetzt von mir ich muss hier was vorspielen oder das ja guck mal hier kommt das der der den sound kommt hier nicht das heißt ich muss hier schon was vorspielen vielleicht lerne ich auch das Lied Hilfe nein bitte lass mich los alter diese sterbende Taube die ist echt nicht schön ok ähm vielleicht lerne ich auch erst äh das Lied nachdem ich das Ding hier betreten habe das kann sein aber ich probiere nochmal das Lied der Befreiung weil ich glaube ich könnte auch ein bisschen zu weit weggestanden haben als ich das gemacht habe ja lass mich bitte in Ruhe ähm hier komm auch mit dir sehr schön dann möchte ich gerne hier die Fee nochmal haben fast sie wieder hier ja komm gib sie mir gib sie mir gib sie mir ach du willst die ich eins arbeite oder was dann mach ich's halt eben so ich sag dir du kannst die auch einfach so einsetzen indem du sie berührst ja wunderbar toll ja dann benutzt die kann ich nämlich gut gebrauchen sehr schön war eigentlich unnötig aber egal jetzt habe ich's gemacht so da wären bestimmt noch herzen drin gewesen ne so willst du dass ich dich schlage ja soll man Frauen schlagen ist es das was du willst nein soll ich dir meinen Special Move zeigen hier unbeeindruckt verdammt dann hier guckt mein krassen Schild ist es auch nicht gut mach ich nochmal Befreiung habe ich den Kronus eigentlich gespielt ich glaube schon ja sonst wäre schon viel später ok das interessiert die nicht ich glaube ich kann aber weitergehen ja gut eventuell werden wir hier das Lied lernen in der Höhle der Zuras ok was ist denn hier drin ein Shop ok wollen wir uns was kaufen kann ich mit dir überhaupt reden darf ich das hallo ah Mika ja ja hier zack Ironen Schild habe ich ja schon eine Weile habe ich auch schon weil ich mir ein Rubin alter 60 Rubine du willst mich doch verarschen ja nehmen wir easy einfach so nein ein falscher Knopf Dankeschön ich könnte mit dem Geld eh nix machen ähm gehen wir wieder raus weil wir haben zwei Feen eigentlich war das bescheuert ähm wo soll ich am besten hin ähm geh mal da lang die Türen sind versperrt das sieht gut aus ähm Mika schon lange nicht mehr gesehen wo bist du gewesen ja tot war ich auch übrigens even dein Bandleader hat dich gesucht okay 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 ja warte mal kurz aber hier bei dem Oktopus noch vorbeischauen Mika äh willst du zu Japas ihr macht sicher wieder eine Jam Session nicht wahr ich kann es kaum erwarten ich darf hier überall rein alter Junge geh jetzt mal hier rein vorhin zum Chef gehen ich dachte gerade du wärst am strullern ey aber so richtig hart Mika wo warst du es heißt nur noch hey wo ist Mika das Konzert rückt immer näher und dann spielt unser Leder den Unsichtbaren Eben hat sich in sein Zimmer verkrochen und schreibt nur noch Songs und zu einem Überfluss steht Lulu noch vor der Höhle herum und spricht kein Wort sie starrt nur auf das Meer hinaus man könnte meinen äh dass sie sich einfach nicht mit mir abgeben will aber ich glaube dass mit dir wirklich etwas nicht stimmt besuchst du etwas vor mir zu verbergen nicht dass du glaubst ich stelle hier nachforschen aber sieh doch wenn wir nicht bald mit den Proben beginnen können wir das Konzert vergessen ok also wir brauchen Mika und den Chef easy äh Mika sind ja wir ich hab den Namen schon wieder vergessen lass mich noch mal rein bitte ja 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 guck du bist du bist der Leader was bist du überhaupt bist du ein Frosch ähm Mika wo warst du ich war sehr besorgt das Konzert steht vor der Tür aber die ganzen Pänen hat die Hosen voll ich werde du hast das hast du dich gewusst oder vor allem Lulu war der Name wir haben ihre Stimme schon lange nicht mehr gehört normalerweise sind sie immer bei guter Laune oh 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 ich frage mich ob das alles mit den Veränderungen des Meeres zu tun hat um ehrlich zu sein ich weiß entweder ich übernügendes Geheimnis solches ja sicher erzähl es mir und sagt die Hosean verändert sich weil mit dem Schädelbruchtempel was nicht in Ordnung sein soll und man sagt ja auch dass aufgrund dessen dem Nachfahren äh aufgrund dessen dem Nachfahren der den Tempel beschützt etwas Schlimmes wie nachfahren ist verstehst du das und Lulu hat sich verändert vielleicht ist sie da ok ok also wir brauchen Lulu um in den Tempel zu kommen so wie ich das verstehe und auch damit die Band spielt ähm was das wichtig ist äh aber damit wir das hinkriegen brauchen wir erstmal ein Liedchen für die gute Lulu erstmal duschen oh ja lecker schmeckt ähm ich glaube aber wir könnten den Paar so langsam beenden oder ja lass uns durch die Höhle der Zora beim nächsten Mal weiter erkunden und ich brauche immer noch einen Spitznamen für unseren Zora Kumpel hier naja ich würde sagen bis zum nächsten Mal sind wir ja doch weiter gekommen diesmal macht's gut Leute und tschö auf auf dann bis zum nächsten Mal Vielen Dank.